Hier die Nötigung. Die Polizisten werden jetzt auf sie zukommen, um ihre Personalien festzustellen. Kommen Sie bitte freiwillig von dem Lkw und von der Arbeitsmaschine herunter. Die Staatsanwaltschaft sollte das Vorgehen der Politik als Straftat ansehen. Es ist unzeitgemäß, sich so zu verhalten. Sie stehen alle auf der falschen Seite und dienen einer falschen Politik.